In Kürze mehr darüber. Also Gary, was darf's sein? Nun, ich kann Ihnen sagen, dass mir bisher durchaus gefällt, was ich hier in New York so sehe. Die Mannschaft ist wie üblich sehr stark. Eastern wie Western. Ich mag San Francisco, habe aber auch eine Schwäche für Los Angeles. Okay, wir rechnen also mit New York und San Francisco im Finale. Vielleicht auch mit L.A. Hier haben Sie es zuerst gehört. Steine können dann am Ende der Saison geworfen werden. Das war's vom Sport. Zurück ins Studio. Danke und das ist längst nicht alles. Hier ist Dan mit dem Gesundheitsman. Drei weitere Angestellte im Hauptquartier am Times Square wurden diagnostiziert. CryNet haben Berichte über ein biochemisches Leck in ihrer Forschungseinrichtung in Midtown zurückgewiesen. Der Mutterkonzern Hargreef Rash konnte für einen Kommentar nicht erreichen. Bisher gibt es 127 im Labor bestätigte Fälle, aber aufgrund der Infektionsgeschwindigkeit können... Transportwege wurden gesperrt. Ich selber suche... Der Benzinpreis der die gefürchtete 20... Wir müssen das Vertrauen unserer Gesetzeshüter wiederfragen. Wo ist unser Militär? Los, los, los! Schwertfisch 3, Ihren Status bitte. Ihr Schwertfisch 3, halten Position auf Punkt Süd 1, Veriskop-Tiefe. Roger, bestätigen Punkt Süd 1, äh, Schwertfisch 3, irgendwelche, äh, sichtbaren Aktivitäten an Ihrer Position. Negativzentrale, keine sichtbaren Aktivitäten. Hier ist Tote Hose. Wo schläft der Arsch an? Wir warten hier, bis wir den Befehl kriegen, ein paar böse Jungs umzugehen. Ruhig blut, Marie. Da oben sind keine bösen Jungs, Folsom. Ich sag doch, das ist ne rein humanitäre Krise. Ebola oder so, dann scheiße. Sagen Sie es ihm, Alcatraz. Alcatraz redet nicht viel heute Morgen. Im Gegensatz zur gängigen Meinung ist Tequila nicht gut für die Gesundheit. Stimmt's, Al? Einfach nicken, dann wissen wir, dass Sie noch leben. In Ordnung. Das ist doch scheiße. Ein Mensch holt die Force Recon für ne Bergungsaktion. Da oben sind böse Jungs. Verschwören hier. Das kann ich nicht. Wunder von mir. Achtung, Marines, wir haben neue Befehle. Los, Bewegung und Tauchausrüstung anlegen. Zehn Minuten, Waffen bereit machen. Sag ich doch, das Ebola-Virus bekämpft man nicht mit dem M16. Sie vermutlich schon. Mann, ich hab was von der Alien-Invasion gehört. Na klar, kommt E.T. auch? Was zum Teufel war das? Raus hier, Leute! Zurück! Alle Mann von Borg, ich wiederhole. Alle Mann von Borg, später Schaden in Ausgauen. Zentrale, wir sind getroffen. Wir sinken! Zu Gehstr chirpert! Du gehst los. , bis zu raun. Ich drofe dich. Nicht zur criminalen Schaden! Ich werde euch leiden. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Wo ist meine Unterstützung? Wo ist das U-Boot? Haben die verdammten Sefton alle ausgeschaltet? Das kann nicht sein. Gut zählt auf uns. Alcatraz? 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 Heißen sie so? Alcatraz? Das Schicksal ist ein Teufel, was? Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Das Schicksal ist ein Teufel. Manu-Version. Manu-Version. Ziel gesichtet, nicht kontakt. Ziel gesichtet, nicht kontakt. Wir brauchen unterstützen. Wir brauchen Unterstützung! Das Schicksal ist ein Teufel. 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 Das war's für heute. WDR mediagroup GmbH WDR mediagroup GmbH WDR mediagroup GmbH WDR mediagroup GmbH Willkommen in der Zukunft Willkommen im Krieg Oh ja, ein letzter Wunsch Er lässt mich nicht einfach gehen Symbiose Muss die Verbindung kappen Hab ihnen den Anzug gegeben Und damit mein Leben Versprechen sie mir, sie mir Gut Das ist alles, was ich tun kann Sie sind alles, was ich tun kann Man hat mich Prophet genannt Vergessen sie mich nicht Finde und Beschützer Nathan Gut, knatte das vorhin geschloss Wir haben hier am Strand frische Leichten Ein paar Leben auch noch, glaube ich Ja Hier spricht Dr. Aquila Roy E-Med Krisenteam 1 Heute ist der fünfte Tag Und wir haben praktisch noch keine Fortschritte Beim Aufhalten der Infektion mit dem Manhattan-Virus gemacht Pirozide zeigen vorübergehend Wirkung Vor allem Tramarovax und seine Generika Aber letztlich schreitet der Prozess doch immer weiter voran Wir können nichts anderes tun, als den Menschen beim Sterben zuzusehen Und unsere Situation hat sich durch die strikten Kontrollen seitens der Aquila, du solltest jetzt wirklich nicht politisch werden Nein, Jeff, sie müssen es wissen Ich möchte etwas zu Protokoll geben Nach Ausrufung des Kriegsrechts hat Cell sich brutal und rücksichtslos verhalten Ganz was Neues Diese Kerle von der Privatarmee haben von Anfang an nur Panik verbreitet Und sich uns in den Weg gestellt Sie sind ihrer Aufgabe nicht gewachsen Und je schlimmer die Lage wird, desto brutaler gehen sie vor Und nach der Abregelung der gesamten Insel auf Befehl von Commander Lockhart Hey! Das geht nicht! Aquila! Was zum Teufel machen sie da eigentlich? Aus dem Weg doch! Es ist zu ihrem Besten! Profit? Hier ist Gold Hören Sie mich mal? Profit? Profit? Hören Sie mir zu Ich weiß nicht, ob Sie mich hören, aber die sind hinter Ihnen her Sie müssen diese Marines finden Hören Sie mir zu Sie sind aufhören Der Taktische Weise bewährt eine verbesserte Schlagweltübersicht. Du kannst da Wachenausrüstung und Taktische Umständlichkeiten scannen. Die Suchfraktion ist weise zu einer richtigen Begegnung als Sicherheit. Hören Sie, Prophet. Zell sucht in der gesamten Downtown nach Ihnen. Ich sende Ihnen meine Koordinaten. Sie müssen hier raufkommen. Garnet werden wir in der gesamten Downtown. Sägez, du bist hier. Du kannst nicht mehr auf die Handel verkaufen. Sägez, du kannst nicht mehr auf die Stärke ziehen. Sie müssen hier im Zuge zurückkehren. Die Stärke ist auf die Stärke. Die Stärke ist auf die Stärke. Der Taktische Rekord wird in der Stärke. Was ist das? System Override. Was war das? Die Stab-Anzeige gibt den Grad der feindlichen Wahrnehmung an. Tarnfeld aktiviert. Das Tarnfeld bringt vorübergehende Unsichtbarkeit, um nicht entdeckt zu werden und feindliche Stellungen zu infiltrieren. Bewegung im Tarnmodus verbraucht viel Anzug Energie. Tarnfeld aktiviert. Tarnfeld aktiviert. Das glaube ich nicht. Das ist was Persönliches. Ich hab... Ah! Katze! Prophet, hören Sie! Ich bin vor der Evakuierungsstation. Die müssen herkommen. Ich weiß nicht, wie lange ich durchhalte. Okay. It hasn't is constanted, but it's stuck. Ich bin vor der Zeit. KONTAKT! 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 when it says? KONTAKT! 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 So viel zur Eindämmung, armen Schweine. Ja, die E-Mann-Jungs hatten nie eine Chance. Haben Sie die Leichen gesehen? Sie schmolzen und so? Mehr die unbewerb Feinden, um sie geräuschlos auszuschalten. Also, Sie sichern hier zu Hause über einem Erdbeben. Sie halten das vielleicht für eine seltsame Frage, wenn Sie nicht mal in den Medien leben. Aber natürlich nicht. Versuche System Neustau. Erst Säu-Druck aktiv. Erst Säu-Druck abgeschlossen. Standby. Magnetsiegel freigegeben. Arno, ein Schadstoff entdeckt. Beginne automatische Systemabschaltung. Brich die Sicherheitskür auf. Beschen Sie sich. W�料 Benitzien. Abschauen Sie sich. Riko Scherz. Den Zweigen aus ist langorteам. RIP. Hören Sie, mit der Verbindung zum Anzug ist gerade irgendwas Größeres passiert. Völliger Zusammenbruch. Steht wieder, glaube ich, aber Sie sollten schnell herkommen. Alles fällt auseinander. Infektionen überall, arme Schweine. Und Cell will wohl alle keulen. Außerdem tauchen noch die CEP auf. Bleiben Sie in der U-Bahn. Das ist sicherer als die Straßen. Oftlich haben sich Marines mitgebracht. Maximale Panzerung. Panzerung verändert die äußere Höhle des Mannes, um Schaden zu absorbieren und die Überlebenschancen des Agenten im Kampf zu steigern. Der Panzer-Modus verbraucht Panzer-Energie. Die Überlebenswahrscheinlichkeit in der Nähe explodierender Munition steigt. Das ist Profit! L-A-G-V! Verstanden! Anze! No big one! Anze! 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 Was ist das, was ist das? Tau für den Knie. 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 Wir haben hier... Wir haben hier... Das war's für heute. Oh! 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 Ah! Prophet? Die U-Bahn war vermutlich nicht die beste Idee. Ich kriege Dutzende von Hintzesignaturen direkt unter ihnen. Seien Sie bloß vorsichtig. Oh scheiße! Runter von mir! Runter von mir! Hot up! Dichtig kacc buena! Ich habe alles Menschenmögliche getan. Ich habe mich um alle gekümmert. Jetzt werde ich doch ins Gesicht. Auf sowas muss man vorpassen. Mano-Vision aktiviert. Lumpf die ganze Medien-Scheiße nicht, Leute. In dieser Stadt ist die Kacke am Dampf. Und diese Rauschlöcher mit ihren Filmen und ihren Kallschrecken, die wir in eurem Tal bewegt haben, sind nicht hier. Wir sind hier, Kontrolle auszuüben. Wir sind nicht mehr in Amerika. Das sind die Vereinigten Staaten und macht, was ich sage, dass sonst passiert was. Es ist ein Netz. Raus da, Koppel! Finde eine Alternativruge. Terroristen, Mann. Muss so sein. So eine afrikanische Dschungelscheiße wie Ebola. Mit einem Sprühflugzeug oder so. Sehen Sie mich an! Na los! Finde eine feindliche Übertragung an. Hier ist Commander Lockhart an alle Cell-Mitarbeiter. Unsere Versuche, den Zellzusammenbruch bei den Infizierten umzukehren, sind erfolglos geblieben. Evakuierung ist keine Option mehr. In der ganzen Stadt gilt ab jetzt beim geringsten Verdacht auf Infektion Schießbefehl. Außerdem ist das Nanosuit-Subjekt Prophet ebenfalls als aktives biologisches Risiko zu betrachten. Prophet muss bei Sichtung erschossen werden. Bravo! Alienbedrohung nähert sich. Verkaufelung nähert sich. Untertitelung des ZDF, 2020